Was geht ab, liebe Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier wieder auf meinem Kanal und wie ihr schon sehen könnt, ich bin hier nicht alleine in Hamburg, nein, ich bin hier mit Holle. Den guten alten Holle. Den guten alten Holle. Jungen Holle. Ihr könnt ja wahrscheinlich schon an euch denken, was wir heute drehen. Ja. Wir bewerten Essen bzw. ich bewerte mal was Essen. Ach du bewertest sogar heute? Oh Scheiße. Ja, ja, ja. Ich möchte natürlich wissen, was du hier so zu bieten hast. Also ich hab für dich, wir werden dir heute auch kein Fleisch gehen, ne? Richtig. Da muss ich natürlich ein bisschen was improvisieren, hab ich auch geile Spots am Start. Ich werde dir ne heftige Pizza, werd dich zerfetzen. Also ich kann auch heute Wette machen, hat Spendy auch bei mir gemacht. Wunder da, wenn du nicht im Durchschnitt mindestens ne Acht gibst. Und dabei geh ich auf Risiko. Erste Runde nehmen wir die, äh, ein geiles Falafel, wo ich sag, das würd ich wegfetzen. Dann nehmen wir nen Burger, bei meinem Lieblingsburger, aber den hab ich noch nicht, den vegetarisch hab ich noch nicht gegessen. Geh ich trotzdem Risiko, ich sag, das krieg der hin. Und ne geile Pizza noch, wenn wir schaffen, nachtig. Und das ist sehr geil, weißt du warum? Ja. Du musst mich jetzt zu Falafel überzeugen. Ja. Weil ich bin ein absoluter, ich hab zweimal in meinem Leben Falafel gegessen. Ja. Und ich weiß nicht wo, absolut, ich bin komplett dagegen. Du, ehrlich, können wir den bei mir mal drauf machen? Ja, den kannst du. Kannst du bei mir drauf machen? Ja, den mach ich bei dir drauf. Dann ist die 10 Euro Cap ein bisschen aufgewertet. Perfekt. Du hast zweimal in meinem Leben Falafel gegessen? Ja, aber ich glaub, das war, ich hab in irgendeiner Dönerbude so Falafel gegessen und das war echt nicht so gut. Ich bin heute gespannt. Ich hab Bock drauf. Vivian Fetzen. Und dann bewerten wir das Ganze und 100 Euro, wie gesagt, an deine Community. An die Community. Aber nur die jetzt nen Kommentar schreiben, weil nacherzählt nicht mehr. Richtig. Und das in den Analytics sehen, nur wer direkt am Anfang vom Video. Amazon Gutschein einfach, oder? Amazon Gutschein, genau. Amazon Gutschein. Ja. Und ich würd einfach mal sagen, let's go. Machen wir. Wir gehen rein. Geil mal. Man glaubt auch nicht im Einkaufszentrum, dass es hier so geil ist. Ja, ehrlich, ich wollte, ich dachte wir treffen uns nur hier, aber das ist halt krass. Nee, nee, nee. Ich bin gespannt. Wollen wir zu Fuß gehen? Wie sonst? Fahrstuhl. Hab ich dumm ausgedrückt, ne? Ich kann nicht, ob das Rollstuhl so oder so. Ich hab erst gemerkt, wie dumm das nicht alle. Ali Bengali! Ali hat nen Vegetarier am Start. Und dem zeig ich jetzt deine Falafel. Gut. Danke dir. Servus. Freut mich. Als Ali mir damals erklärt hat, wie er seine Falafel macht, er dafür musste studiert haben. Der hat nen Vorgang für die Falafel und so schmecken sie zum Schluss auch. Das ist mein drittes Mal des Falafel. Zweimal wurde ich enttäuscht. Er meint, du machst die hier richtig gut. Machst du persönlich? Geil. Ja? Persönlich sogar. Ich mach dir am besten Falafel, wie man Falafel isst im Libanon. Dann mach ich dir so ein paar Beilagen dazu. Das ist dann auch libanesische Küche. Das ist Libanese. Also bist du auch Libanese? Ich bin Libanese. Dann kannst du eigentlich nur schmecken, ne? Kannst du eigentlich nur schmecken. Ja, dann kannst du ja nur schmecken. Aber die Falafel nimmt man aber schon dann so und erst mal die Palafel nur, ne? Höchst mit Soße vielleicht. Die haben halt kugelsäftige Soßen. Die Soße macht die aber ja alle selber, ne? Soll ich den jetzt hier schon raus testen? Ja, du musst einmal. Es riecht so unfassbar gut. Kann gar nicht abwarten. Pausen Aromen erstmal, wenn du reinbeißt. Mhm. Ich muss nicht falsch sagen, ne? Aber ist da Minze drin? Ja, oder? Oriander. Oriander. Geile Kruste. Haben wir die Kruste davon. Kann man das mal hier so zerknistert am Mikro? Wenn ich mit Kollegen unterwegs war, die haben gesagt, das Falafel, ich war immer nein. Kein Bock drauf, ne? Nein, ja. Und heute lasst du mich auch einfach mal ein. Du hast es mir empfohlen. Bis jetzt, es ist nicht schlecht, aber ich bin auch richtig gespannt auf die Soße. Ja. Also du kannst dir sicher sein, wenn du heute das nicht so feierst, ist ja manchmal so. Manchmal feiert man einfach eine Art Essen nicht. Dann weißt du, Falafel ist einfach nicht für dich, weil das ist ein 1a Falafel. Ja, warte mal. Zucchini und Aubergine. Magst du kein Zucchini, oder? Beides nicht. Beides, ja. Aber weißt du warum? Allergie. Nein, nein, nein. Das nicht. In der Zeit, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe und geliebt hat meine Mutter, die hat so oft logischerweise gekocht und alles war immer mit Aubergine bei uns sehr oft oder mit Zucchini. Und ich kann es einfach nicht mehr. Okay, für dich. Aber vielleicht hat deine Mutter auch einfach Scheiße gekocht. Nee, oh. Nein, nein, nein. Nein? Das ist die beste Köche. Safe. Okay. Und dann sollen nochmal Leute sagen, man kann sich vegetarisch nicht so gut ernähren und man hat keine Auswahl. Guckt es euch mal bitte an. Also jetzt sind wir hier im ersten Spot beim, wie spricht man das? Ali Bussi Falafel. Bussi. Bussi. Ali Bussi hier, der Eigentümer, der Chef. Ich bin wirklich gespannt, Holle. Holle legt ein gutes Wort für Falafel. Was soll ich am Anfang? Wenn ich jetzt müsste, würde ich hier anfangen. Ja. Dann könnten, wie heißt dieser Käse nochmal? Halloumi. Oh, das ist crazy. Das hier ist auch Legendensalat. Hauptsächlich Petersilie. Petersilie. Ah, Minze auch. Allerdings ein bisschen. Was hier halt auch wirklich absolut knalltschwendig sind Baba Ganoush und Hummus. Da muss man einfach hier mal jetzt den King-Move machen. Das ist jetzt Hummus und das ist Baba Ganoush. Verarbeitete Aubergine. Das ist die Grundbasis. Schmeckt aber keine Aubergine raus. Schmeckt man auch nicht mehr. Was mich auch interessiert sind die anderen Soßen. Das ist Granatapfel. Das ist so eine scharfe Soße. Das ist Tahini. Granatapfel? Granatapfel. Hört sich wild an. Sauer ein bisschen? Vielleicht soll ja nichts. Scharfe Soße nochmal. Am Anfang steigst du recht mild ein und dann kommst du hinten rum reingeschossen. Dann bist du eine Pussy, wenn das zu scharf ist. Das ist ein Brenn im Mund. Gleiches Brenn, ne? Dummkul auch hier. Ich muss aber sagen, es ist genau das zugetreten, was du gesagt hast mit den Soßen. Es ist sehr krass. Das Gesamtbild ist sehr krass. Das ist, wenn man Falafel nicht so feiert an sich, ne? Ich zeig dir mal jetzt King-Move, Leute. Ich zeig dir mal, wie man das hier macht. Hier, eigentlich auch den hier, aber ich glaub das wird nicht killen, aber ich mach trotzdem, weil ich jetzt zeigen will, dass ich heftig bin. Und auch noch ein bisschen, weil ich's kann, ein bisschen die Sprenkeltaktik ist das, Leute. Und jetzt rolle ich hier den Shit einfach ein und hab hier den perfekten Biss. Das ist komplett Geschmacksexplosion, die ich. Okay. Alleine noch nicht probiert hatte. Hast du Rübe, ne? Boah. Boah. Alter, das ist sehr gut. Was hast du Sprenni? Wollen wir uns hier noch jetzt vergnügen und den Zuschauern den zweiten Spot zeigen? Wir snacken hier noch eben weiter. Ja. Jetzt der zweite Spot. Zweiter Spot. Und zwar zum Hops. Hops. Vegetarischen Burger. Vegetarischer Burger, ich bin mir ziemlich sicher, die haben einen. Ich hab den noch nie gegessen, aber ich weiß, dass die anderen Burger so heftig sind, dass ich ihm zutraue, die acht von zehn auch bei den vegetarischen. Doch, die haben einen Veggie-Burger. Haben die, ne? Ganz kurze Frage, wie würdest du jetzt den Veggie-Burger selber bewerten? Wie würdest du, von eins bis zehn? Ich esse gerne Fleisch und ich esse den schon ab und zu, weil der schon lecker ist. Ja. Der ist so auf Kichererbsenbasis. Aha. Also ist kein Fleischimitat, Fake-Fleisch. Also auch kein Soja-Ding, Patty? Das wollen wir auch gar nicht machen so, weil das soll was Eigenes sein einfach. Also hat ein bisschen was mit Palafeln, aber da ist noch mehr drin natürlich. Was halt krass aussieht, ist halt, wenn du einen Burger mit Fleisch machst, okay? Dieser Käse, guck mal bitte, wie dieser Käse einfach da runter schmilzt. Das vermisst wirklich überhaupt, überhaupt. Also Spot zwei, wie gesagt, hier jetzt einen Veggie-Burger. Tut mir leid, dass du jetzt da durch musst. Kein Ding. Ich esse ja auch gerne. Nur wenn ich die Wahl treffen kann, dann nehme ich halt meistens Fleisch. Du kannst einen Fleisch-Burger nehmen, ich zahl. Nee, ich will den Veggie auch probieren. Sicher? Ja, weil ich den noch nie probiert habe. Ich will ja sehen, ob du danach dann auch die wahre Worte sprichst. Okay. Ja. Gut, da haben wir jetzt den Veggie-Burger. Sieht klassisch aus. Ich glaube, wir haben da eine Zwiebel drauf, eine rote Zwiebel, Salat, Käse und wahrscheinlich eine Tomate noch. Es sieht auf jeden Fall erst im Blick sehr gut aus. Aber basic halt, ne? Und das Geile ist, ich habe schon sehr lange keinen Burger mehr gegessen. Ich habe ewig keinen Veggie-Burger mehr gegessen. Bist du Veggie-Burger-Experte, würdest du sagen? Nee, das sage ich mal lieber nicht, weil sonst ist da wirklich irgendjemand ein Experte und meinst du, da war der Punkt Scheiß. Aber ich esse halt nur noch welche, ne? Nein, nein, nein. Wow. Schmeckt ganz anders als diese, ja, weil es halt eben mit Erbsen ist, ne? Boah. Leicht Senf-basierte Soße. Und mit Senf hast du mich. Mit Senf hast du mich auch oft, ja. Sehr weich, das Patty, ne? Mhm. Was für mich wirklich wichtig ist beim Burger, der Rand vom Brot muss knusprig sein. Muss, ja. Und das ist er auch. Hier schön angeröstet. Mhm. Es passt ja einfach. Ich liebe diese Kombination zwischen saure Gurke, Senf, Salat, Zwiebeln, Füßen Ketchup. Und wirklich das Patty. Es ist wirklich, geht schon, man merkt schon ein bisschen Falafel-Richtung. Wie viel Prozent würdest du denn sagen, hast du jetzt Patty draus geschmeckt? Ich sage 30 Prozent. So im Gesamtkonstellation, wie viel Raum das einnimmt, der Patty, ne? Ja. Hätte auch gesagt vielleicht 30. Und das ist aber gleichzeitig meiner Meinung nach ein kleines Problem bei dem Veggie-Burger. Generell bei dem oder bei allen Veggie-Burgern? Bei allen Veggies. Ja, finde ich auch. Bei vielen. Weil du sollst eigentlich dein Patty schmecken. Also schmecken tut es auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ja auch kein Veggie-Burger-Laden, ne? Muss man sagen. Das ist ein ganz normaler Burger-Laden. Und dafür ist es auf jeden Fall top. 100%. Wenn wir jetzt in einem Veggie-Restaurant, dann würde ich sagen, ist es nicht top. Ja. Weil dann schmecke ich den Patty nicht. Und die sind ja dann spezialisiert für den Veggie. Die sind spezialisiert. Die bieten auch einen an. Die wollen auch diesen Burger-Touch schon haben. Deshalb sind die natürlich im Konflikt. Richtig. Und ich habe da abgebissen. Und ich habe das Gefühl, ich esse einen Burger. Mhm. Und das ist das Ziel. Und die haben es erreicht. Also sagst du, wollen wir jetzt Pastel de Nata mal probieren? Ja. Let's go. Ab zum dritten Spot. Kurzer Halt nochmal. Ganz schnell hier bei Spot Nummer 3. Wolle wollte, oder meinte ja am Anfang des Videos schon, dass ich mal Pastel de Nata auf jeden Fall mal probieren soll. Der soll krass sein. Aber ich habe den auch hier noch nicht probiert. Wir noch nicht, aber ich habe es schon mal in Portugal probiert. Also das ist normalerweise schon sehr stark. Okay. Wie nah am Portugal seid ihr hier? Guck mal, da steht doch sogar dran original. Also muss die nah sein. Muss auch original. Und da wollen wir noch ein Croissant probieren. Willst du noch einen mitnehmen? Das sieht echt crazy aus. Ich liebe Pistazio und alles. Okay, ich bin wirklich gespannt. Pastel de Nata. Was ist da drin? Also soweit ich es in Erinnerung habe, ist es so eine Pudding-Vanille-Zubereitung. Aber ich kann komplett Mist auch erzielen, weil es ist ewig her, aber es ist einfach legendär für Portugal. Guck mal, wie schön angeröstet auch hier. Und da... Möchtest du das? Oh, knister, knister Knäuschen, ne? Oh. Oh. Okay. Das ist immer noch warm. Und Blätterteiggebäck halt von außen. Das ist schon wild, ne? Auch nicht zu süß. Es ist Vanille-Pudding. Ja, ne? Oh mein Gott. Und noch mal heftig, ne? Ich sag dir eins, Flo. Suchtgefahr. Ja. Weißt du, das ist geile von dir. Wirklich nicht zu süß. Es ist eh nicht zu süß. Du könntest davon drei, vier Stück essen und dir wird es nicht schlecht. So richtig schön butterig, der Teig. Übertrieben heftig. Ich habe noch nie so einen Croissant gesehen. Ich auch noch nicht. Und hier, ich liebe Pistazio über alles. Ich auch. Und wo ich das gesehen habe, dann wusste ich, okay, wir müssen es machen. Ja, wir müssen mit dem, sag ich mal, gediegeneren anfangen. Ich weiß mal hier rein. Das ist Butter-Croissant jetzt, ne? Mhm. Ja, finde ich aber recht. Also finde ich nicht so heftig. Nicht? Ne. Das sieht nicht so aus, als es ist. Muss man noch pimpen, auf jeden Fall. Mhm. Das ist nicht so krass, ne? Gucken wir mal eben. Oh mein Gott, da ist Pistaziencreme dazwischen drin. Hast du mal gesehen? Oh, guck dir die Pistaziencreme! Wie gut ist das? Das ist sehr krass. Trotzdem noch ganz leicht trocken. Das war dem auch. Aber Gesamtvieling heftig. Durch die Schokodings oben und die Pistazie ist teilweise so Illusion. Du denkst, du hast da eine Nutellacreme drin. Hast du aber nicht. Mhm. Den Spot haben wir jetzt auch durch. Pastel de Nata. Wirklich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Wir waren krank. Und ich bin eigentlich sehr anfällig, was Süßes angeht. Ich kann zum Beispiel keine Torten essen. Aber das war jetzt nicht so süß. Das mit den Pistazias gesehen. Mhm. Ich hab's mal abgebissen und hab aufgehört. Ging nicht mehr. Es schmeckt schon gut, aber das hab ich schon gemerkt. Das schlägt dann wieder da. Ja. Pastel de Nata nicht. War sehr geil. Pastel de Nata King. Und jetzt Pizza. Pizza. Let's go. So, letzter Stopp. Tazzi Pizza. Ist wirklich ein kleiner Schikaladen. Und ich hoffe, dass man hier den Hoch raushauen kann. Klein, aber fein. Klein, aber fein. Definitiv. Also ich würde jetzt mal behaupten, Tazzi Pizza. Es gibt viele hochklassige neapolitanische Pizzen in Deutschland. Aber der gehört auf jeden Fall auch zu den Topspots. Vielleicht nicht ganz der Beste, aber einer der Besten. Ist aber nicht viel Luft zwischen so. Sehr geil. Ich finde auch Weltmeisterpizza oder so einer. So viel tut sich da jetzt auch nicht. Okay, das ist sehr krass. Weil wenn Holle sagt, was Pizza angeht, dass der krass ist und einer der Besten. Dann muss es auch so sein. Der ist schon stark. Also Hamburg ist das hier wirklich einer der allerbesten. Ich habe die zwar auch noch nicht so gegessen. Die ist jetzt einfach mit Gemüse. Oh, guck mal wie luftig hier. Die riecht doch gut. Riecht mal ruhig. Ich muss sagen, von außen mit dem Teig bin ich nicht ganz einverstanden. Normalerweise ist der noch krosser. So, da siehst du noch diese kleinen Dinger, noch feinporiger. Wir probieren es einfach. Ja, in Britannien musst du rüberklappen. Ja, muss. Von unten siehst du schön den Teig. So muss das. Das ist wirklich crazy. Richtig saftig. Stabilisch Ding, ne? Ist saftig. Dann der Käse. Also du merkst was. Du hast was im Mund, was aber auch schmeckt. Bei der finde ich auch geil. Weil du hast hier eine ganz krosse untere Schicht. Oh ja. Wie vom Boden. Wie ein Blätterteig. Wie ein Blatt Papier. Nennen wir es mal eher so. Und das könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, falls es auch einen von euch so gibt da draußen. Die auch mit dem Mund voll reden. Unter anderem. Ich lasse so oft die Ränder bei den Pizzen übrig. Dann ist aber die Pizza keine gute. Der Rand ist so, dass du ihn lieben musst bei der Pizza. Dann ist es eine gute Pizza. Und hier beiß ich ab. Das fühlt sich so wie so ein Fein, so ein Brotstück. Was so fein ist. Weißt du? Nicht so voll. So richtig soft und loftig wie eine Wolke, ne? Mhm. Was ist da jetzt drauf? Da ist Oliven drauf, Paprika, Zwiebel. Und Champignon. Die ist sehr gut. Zum Glück wohne ich nicht hier. Da wird man aufpassen. Ja. Einfach sehr stark. Immer stabil. Tatschi Pizza. Kann man sich immer geben. So. Dann kommen wir jetzt mal zur Bewertung, Holle. Also ich hatte vor Ort, schon mal notiert, so neben Koriander. Das ist halt so ein bisschen problematisch bei mir. Aber die Falafeln haben mit der Soße und mit dem Salat und das ist einfach das Gesamte. Wenn du es gemixt hast ein bisschen. Nur die Falafeln selber. Ich konnte Falafeln noch nie wirklich essen. Ich habe jetzt den Falafeln, alles drum dran, gebe ich eine 8,5. Dann gebe ich eine 8,5. Definitiv. Dann kommt noch dazu das mit den Rüben da. Rüben, ja. Wow. Die haben mich geflasht. Hat dich irgendwas von mir erinnert? Ja, das hat mich, ja, ja. Das, was meine Mutter da immer gemacht hat. Danach waren wir bei dem... Hops Burger. Beim Hops Burger. Da habe ich auch schon gesagt. Es ist eigentlich ja ein normaler Burgerladen. Dafür hat der Burger wirklich kriminell gut geschmeckt. Schön gesagt. Also wirklich, der hat wirklich kriminell gut geschmeckt. Wenn es jetzt nur ein Veggie-Burger wäre, wäre die Bewertung ein bisschen schlechter. Aber dadurch, dass es ein normaler Burgerladen, weißt du... Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Es ist kein rein vegetarischer Laden, die darauf spezialisiert wird. Genau. Die sind nicht darauf spezialisiert. Also den Burger würde ich zum Beispiel auch eine 8 geben. Definitiv. Bei dem hätte ich auch eine 8 im Kopf gehabt. Ja, die Nachspeise, die... Ich vergesse den Namen schon wieder. Pastel de Nata. Äh, Pastel de Nata. Darüber brauchen wir gar nicht. Du kannst an die Nata. Die Nata. Die Nata. Nee, du kannst an die Nata denken. Weißt du, deshalb Pastel de Nata. Denk an die Nata, die dich... Achso. Die Nata. Die Nata. Die Nata. Die falsche Nata. Schön aneinander vorbei. Bestes Sinn aus dem Video. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das Ding gebe ich auf jeden Fall eine 9. Die Nata war gut, ja. Die Nata ist gut. Die Nata. Das ist stabile Bewertung. 9. Und jetzt die Pizza hier. Ich bin eh so oder so, wenn ich eine Pizza esse, nur napolitanisch. Das ist wirklich, ja, da bewegen wir uns auch bei der 9. Bei der 9. Das freut mich. Dann muss ich dir immer noch Pizza... Also wenn wir uns so weit aus dem Fenster nehmen, aus Hamburg rausgehen, bringe ich dir... Wenn das eine 9 ist, bringe ich dir eine 9,7, 9,8 bringe ich dir. Okay, machen wir. Wenn du Bock hast, machen wir das. Machen wir. Und falls Sie Bock haben, also lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall Holle ab. Danke. Schreibt einen Kommentar. Falls ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Also beziehungsweise noch mehr. Ich mach's nicht. Ja, mal ein bisschen ins Food einsteigen. Ja, ein bisschen. Ab und zu mal. Vielleicht ab und zu mal. In dem Sinne würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.